Oh, Sacrebleu! 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 Der Schwarzwald! Mit den Worten sind wir wieder da im Schwarzwald! Sacrebleu! Sacrebleu! Yes! What we need is a weapon! A weapon! Oh, ne! Ne! Eine Waffe! Was wir brauchen ist Salami Brot selber gemacht! Voll daneben, was Junge? Ahahaha! Voll geklaut die Kills von mir! Mhm! Ich hab Beweise, ich hab das auf der Aufnahme! Ja klar, jetzt kommen sie wieder mit Pharaoh an! Ja, aber natürlich kommen sie mit... Also jetzt hier Hitscan! Nein, ich will lieber Suncred spielen! Sun... Suncred? Suncred! Oh my god! Ja, ich bin bei meinem Team gespawnt und alle sind dort! Ich weiß nicht wen ich picken soll! Ich bleib bei Reaper! Da 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 da! Aber wenn's dann noch irgendwann mal Ranked gibt, ne Junge? Ich rieche schon den Salz hier drin! Du magst das dann richtig, wenn du gezogen wirst, das zu spielen! Ne, ich werd da nicht gezwungen! Ob das, was ich nicht mag, muss ich halt nicht machen! Ach, meine Fresse, Alter! Oi, oi, oi! Ich... Ich geb denen jetzt mal die Medizin zurück! Mach mal bitte! Wenn ich gleich nochmal sterbe, nehm ich Mercy und dann hast du ja ne Pocket Mercy! Und wer hat hier so hochgeschleudert? Pocket Mercy is incoming! Oh yeah! Pfff! Und du bist tot? Ja! Ernsthaft? Die Pharahs haben sich ungewollt, wie geil! Ich war über ihn, glaub ich, und er war unter mir und wir haben uns beide mit einer Rakete getroffen! Gajiman! Gajiman! Töte es! Denn du bist... Weißt du wie hier im Floss Doomfist gegen Pharahs? Sehr? Ja! Wie fühlt sich das denn dann an? Erklär mal, ich versteh das nicht! Ich hatte das Matchup noch nicht! Fühlt sich das wieder so... So an wie... Ist das wie Junkrat! Wie beim Elternsprechtag? Und du weißt, dass deine Eltern sowieso schon schlecht gelaunt sind und du weißt, dass du Kacke gebaut hast? So? Was ist ein Elternsprechtag? Oder Nachbesser, was sind immer Eltern? Ja, das ist ne Frage, die ich dir nicht beantworten kann! Ich bin damals unter der Brücke aufgewachsen! Arakar war under the bridge oder was? Ja! Das war ein hartes Schicksal, aber es war die beste Zeit meines Lebens! Dann haben sie die Brücke abgerissen! Sagten, waren sie nicht mehr sicher! Wie konnten sie nur so etwas sagen? Es war deine Heimat! Verdammt! Hast du gerade Scheiße gesagt? Nein, ich hab verdammt gesagt! Nein, der Karakter hat mir Scheiße gesagt! Nein, mir hat er verdammt gesagt! Aber ich hab's ja auch auf Englisch und nicht so casual mäßig wie du auf Deutsch! Ich hab's ja auch auf Englisch! Zumindest denk ich das! Ich bezweifle es! Nein! Ja, aber verdammt ging Scheiße! Was ist wohl besser? Verdammt! Verdammt! Ich wurde weggebombt und nicht scheiße! Takashi! Nein! Der war am besten! Takashi ist... Oh Gott! Alle sind tot! Alle sind tot! That's true! Wer will uns holen? Nee! Hehehe! Wir haben uns runtergestreitert! Das war richtig unfair, was wir hier getan haben! Jo! Die wollten ne Fairer haben, dann kriegen die ne Fairer! Alter, Doomfist ist noch schwarzer als vorher! Ja, im Schwarzwald! Was ist dat denn, Alter? Nirwani! Nein! Badewanne mit Nirwana! Oh! Ja, das war... Alle sterben hier! Was seid ihr denn hier? Ja, das kam so Surprise-mäßig! Wovon die Überraschung? Ich hab einen Preis! Ich bin so dreist und geb mir selber! Ah, ja! Ich geb Doomfist! Was?! Weil ihn sonst niemand eingeben würde! Er wäre so zauberig! Achso, ja! Da würden sie sich ritzen! Man ritzt euch nicht! Wir sehen uns da beim nächsten Mal wieder! Hörst du wohl auf, meine Autorität zu untergraben? Ich scheiß auf Autorität! Ich bin ein Analyst! Oh nein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020